Für die FDP hat Herr Dr. Hahn das Wort. Bitte schön. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich will mit etwas Heitererem beginnen. Als Mitglied der FDP-Fraktion habe ich die Gnade der späten Geburt der Mitgliedschaft in diesem Ausschuss. Ich sage das für alle diejenigen, die nicht an den Sitzungen des Ausschusses, ob nun intern oder öffentlich, bei den Obleuten war es eigentlich immer vernünftig gewesen, teilgenommen haben. Da hat sich ganz offensichtlich zu Beginn bei dem einen oder anderen Kolleginnen und Kollegen ein bisschen eine hohe Emotion aufgebaut, die leider nicht bis zum Ende vollkommen abgebaut werden konnte. Ich will gestehen, dass ich aber froh darüber bin, dass wir trotz dieser – Sie merken es an den Redebeiträgen – hohen Emotionalität mit der Arbeit des Ausschusses zu einem in vielen Punkten – das lasse ich mir auch nicht wegdiskutieren – gemeinsamen Einschätzungen gekommen sind. Ich bedanke mich dafür, dass wir – ja, es war auf dem Hessentag, und ja, es war in Korbach – es geschafft haben, uns zusammenzuraufen. Ich sage noch einmal Entschuldigung, weil ich mich da auch ein bisschen geärgert habe, was ich gar nicht wollte, gar nicht wusste, aber getroffen. Aber das sind die Emotionen, von denen ich gesprochen habe. Und wo wir uns dann zusammengerauft haben unter den Obleuten – vielen herzlichen Dank an unsere Mitarbeiter, denn die haben die Vorarbeit geleistet. Ich behaupte, ohne die Vorarbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wäre das nicht geglückt. Aber es ist geglückt. Wir haben ein gemeinsames Vorwort. Wir haben in den ersten Teilen der Berichte jedenfalls erkannt, dass die Mehrheitsfraktionen gemerkt haben, dass sie noch eine Reihe von Ergänzungen zu dem – ich nenne ihn jetzt einmal Frömmrich-Bericht – hinzupacken sollten. Und ja, dann ist es halt so, wie es ist, dass man immer noch in manchen Punkten anderer Auffassung im Zusammenhang mit der Bewertung ist. Bei den Handlungsempfehlungen sind wir eigentlich auch wieder fast deckungsgleich mit der einen oder anderen Nuance. Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, die nicht die Arbeit mitmachen – ich bin jetzt euphemistisch – mitmachen durften, können sicher sein, dass da viel Herzblut und auch viel Zeit, aber letztlich auch viel gemeinsames Verstehen in diese Abschlussberichte hereingekommen ist. Ich sage zu Beginn ganz herzlichen Dank an Jürgen Frömmrich und an unseren Vorsitzenden, Herrn Honka, und ihre Mannschaften. Wir haben es, jedenfalls seitdem ich dabei sein durfte, konnte und musste, es geschafft, ordentlich unsere Arbeit abzugewichten und durchzuführen. Ich bedanke mich für die FDP ganz ausdrücklich bei René Rock, denn drei Viertel der Zeit hat er investiert und nicht ich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das soll der versöhnliche Beginn des Beitrags der FDP-Fraktion zum Abschlussbericht des ONA 19-2 sein. Mit einer mehr möchte ich auch aus meiner ehemaligen Verantwortung heraus, aber auch ganz persönlich – ich würde mich ärgern, wenn das anders gelaufen wäre – endgültig einmal Schluss machen. Ich bin so froh, dass die HNA eine besondere Art von Zitieren hat, sodass ich Ihnen jetzt etwas vorlesen kann, das aus der HNA vom 1. Oktober 2012 herausgenommen wurde. Ich zitiere. Der stellvertretende Ministerpräsident bat die Familie von Halit Yozgut im Namen der Landesregierung um Entschuldigung. Einerseits, weil Gänsefüßchen unsere Mitarbeiter es nicht geschafft hätten, den 21-Jährigen vor dem Terroristen zu schützen. Andererseits, weil nach dem Mord Verdächtigungen gegenüber der Familie ausgesprochen worden seien, zu Unrecht. – Ende des Zitats aus der HNA. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist es vollkommen egal, wer zu diesem Zeitpunkt stellvertretender Ministerpräsident war. Die Landesregierung hat sich bekannt. Natürlich habe ich das im Zusammenhang mit der Absprache mit dem Ministerpräsidenten gesagt. Immer wieder das Bild hochzuhängen, dass die Landesregierung – das ist für mich wichtig – egal, ob ich Opposition oder Regierungsmitglied bin – sich damit nicht beschäftigt habe. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das geht so nicht. So kann man im Staat nicht miteinander umgehen. Ich halte noch einmal für das Protokoll fest. Das heißt, die Hessische Landesregierung hat spätestens einen Tag vor dem 1. Oktober 2012 bei der Einweihung in Gänsefüßchen – das Wort ist übrigens auch falsch – des Halled-Würstgut-Platzes in Kassel vor dem dortigen städtischen Friedhof eindeutig Farbe bekannt. Sie hat sich eindeutig entschuldigt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Entschuldigung möchte ich gerne für meine Fraktion noch einmal wiederholen. Eigentlich sollten wir uns doch mit der Frage beschäftigen, die aus vier Spiegelstrichen besteht. Die erste ist, haben wir es verhindert? Nein. Die zweite Frage. War Staat optimal aufgebaut? Klare Antwort auch aus diesem Untersuchungsausschussbericht? Nein. Die dritte Frage. Haben wir Änderungen, die wir dafür verantwortlich sind, im Parlament bzw. in der Verwaltung vorgenommen? Ja. Die vierte Frage. Müssen wir weitere Änderungen vornehmen? Ja. Ich glaube, wenn man das einigermaßen nüchtern einmal herunterbricht, dann kann man sich noch viel intensiver mit dem beschäftigen, was wir in diesem Ausschuss lernen mussten. Da sage ich, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist angesprochen worden von Frau Faeser, ja, wir haben nicht zu den Antragstellern gehört. Ich will auch bekennen, dass ich garantiert nicht unschuldig in den internen Gesprächen in der Fraktion gewesen bin, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass der x-te Untersuchungsausschuss und damals lief auch schon die Verhandlungen vor dem Senat im ORG München noch etwas Zusätzliches herausholen kann. Ich habe mich geirrt, wir haben uns geirrt. Es war gut, dass dieser Ausschuss eingesetzt worden ist, weil wir nur so, wie auch die Grundlage hatten, um in den Handlungsempfehlungen noch viel konkreter darauf hinzuweisen, was nicht nur, aber auch beim Landesamt für Verfassungsschutz noch weiter geändert werden muss. Die Erwartungshaltung in diesem Ausschuss war, aber wie ich gerade einer Presseerklärung entnehme, ist immer noch immens. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber es gibt offensichtlich Menschen, die meinen, dass der Staat, egal durch welche seiner Institutionen, auf den letzten Punkt der letzten Wahrheit kommt. Ich muss diese Bürgerinnen und Bürger enttäuschen. Man schafft es nicht. Man schafft es weder in einem Strafverfahren, das ja umfänglich fast gar nicht mehr geht, wie das Verfahren vor dem Senat des ORG München, hatte auch eine ganz andere Aufgabenstellung, denn Strafprozess so wahr bedeutet eigentlich, zu schauen, ob die Menschen, die dort auf der Anklagebank sind, schuldig sind und wenn ja, für was kommen und welche Strafe auszusprechen ist. Aber das hat ja schon der Senat sehr weit ausgedehnt, auch zu Recht. Bitte verstehen Sie mich richtig, auch zu Recht. Aber natürlich sind dort Fragen offen geblieben, und natürlich sind auch Fragen offen geblieben in unserem Ausschuss. Uns wird heute vorgeworfen, ich finde es ein bisschen, na ja, ich sage einmal gemein, dass wir es nicht geschafft hätten, einen Zusammenhang zwischen der Frage, ob die Terrorgruppe NSU aus der nordhessischen Neonazi-Thäne ausgestützt wurde oder nicht, zu klären. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie denn? Wie haben es alles Mögliche versucht? Durch den Verfassungsschutz. Das war die qualifizierteste Äußerung in diesem Zusammenhang, die ich gehört habe, liebe Kollegin. Der Verfassungsschutz hatte damals überhaupt noch eine etwas andere Auffassung, eine etwas andere Aufgabe. Er war auch anders aufgestellt. Er kann uns dazu nichts sagen. Wir haben uns ja bemüht, und die Kollegen wissen, dass ich da immer wieder versucht habe, gemeinsam mit anderen Anwaltskollegen forensische Erfahrungen so tief einzubringen. Wir haben es nicht geschafft, wir sind daran gescheitert, weil jeder Zeuge auch vor einem Untersuchungsausschuss das Recht hat, die Aussage zu verweigern. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich finde das auch gut so, als ein Teil unseres Rechtsstaates. Nur darf man uns dann nicht vorwerfen, wie heute wieder geschehen. Schöne Grüße an diejenigen, die diese Presseerklärung verfasst haben, dass wir dort nicht ordentlich gearbeitet haben. Wir haben nichts verpasst, sondern wir haben uns die Mühe gegeben, mühselig teilweise sogar, und mit Dingen, wo ich als Justizminister jedenfalls mit einem grünen Stift drangeschrieben hätte, ist das noch mit der StPO vereinbar? Mehr hätte ich nicht gemacht, aber das sind ja meistens schon die Hinweise, wo dann die Mitarbeiter wissen, da musste man richtig geprüft werden, wie man zum Beispiel an Adressen kommt. Aber das haben wir nicht alles gemacht. Trotzdem werden wir die letzte Wahrheit nicht herausfinden. Wahr ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass eine Reihe von gravierenden Stockfehlern gemacht worden sind. Ich will mich jetzt nicht darüber streiten, welches der schärfste ist. Aber ich will Ihnen sagen, dass in unserer Erfahrung sowohl als Anwälte und zwei bzw. bis vor ein oder zwei Wochen drei forensisch aktive Anwälte hier im Raum bei der FDP und viele andere, wir haben es noch nie erlebt, dass ein Ort, an dem ein Beschuldigter gefunden wird, ohne Sicherung der Beweise verlassen wird. Da steht auch in jedem Handbuch für Polizeianwärter drinnen, wenn ihr jemanden festnehmt und mit auf die Wache nehmt, dann sichert das Umfeld. Das kann sich auch jeder Nichtjurist vorstellen, warum das so ist. Nur die Kasselerner haben es nicht gemacht. Die Polizei hat sogar noch die Staatsanwaltschaft angerufen, wenn ich es richtig im Kopf habe, Jürgen, verbessere mich, und gefragt, was sollen sie tun. Da wurde gesagt, schnellstens den Temme auf die Wache. Ja, wir haben nicht genug Menschen dabei, schnellstens den Temme auf die Wache. Das geht nicht. Das ist hoffentlich so, jedenfalls die Aussagen des Landespolizeipräsidenten heute, aber auch schon seiner Vorfahren. Das ist abgestellt. Ich bin dankbar dafür, dass die Mehrheit unserem Wunsch entsprechend diesen Teil noch in den Bericht mit aufgenommen hat, sodass er jetzt jedenfalls Meinung einer großen Zahl von Mitgliedern dieses Ausschusses ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt schließt sich noch ein bisschen der Kreis zu der Thematik, war das denn überhaupt sinnlos oder sinnvoll, was wir hier gemacht haben. Ja, allein diesen Punkt haben wir herausgefunden, alle Untersuchungsausschüsse vorher nicht, auch die in Berlin nicht, sondern wir haben herausgefunden, dass, okay, es war ja auch unsere hessische Polizei, diesen Fehler gemacht hat. Der ist hoffentlich abgestellt. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wann, wo, Temme nun wirklich gewesen ist, wir werden es nie erfahren. Wir müssen in einem Abwägungsprozess – das hat Jürgen Frömmrich in meinen Augen in dem Abschlussbericht gut gemacht – zur Kenntnis nehmen müssen, dass es jedenfalls niemanden als Zeugen gibt, der sagt, Temme war da. Ich meine mit da zum Zeitpunkt der Tat in diesem Café. Jetzt kennen wir die Aussage von Menschen, die da waren, die gesagt haben, wir haben – ich sage es einmal mit meinen Worten – ein komisches Geräusch gehört. Das konnten wir zunächst nicht so wirklich einschätzen, was es ist. Aber auch daraus können wir nicht schlussfolgern, ob Temme in dieser Zwischenzeit herausgelaufen ist oder nicht. Ja, ich kann den Vater sehr gut verstehen. Ich habe mich vorhin auch mit Herrn Bauer darüber unterhalten, als der Vater hier im Untersuchungsausschuss gewesen ist und diese für alle Anwesenden beeindruckende Szene war, wie er dann die Tische umgestellt hat, um zu dokumentieren, wie nach seiner Erinnerung der Tatort aussah, als er – ja, wenige Sekunden oder höchstens – ein, zwei Minuten – seinen toten Sohn dort gefunden hat. Aber daraus kann man auch nicht schlussfolgern, wenn man das Thema mit der Münze nimmt. Hat Temme beim Herausgehen möglicherweise nach dem Schuss, den andere als komisches Geräusch identifiziert haben, das Geld hingelegt und nichts gesehen oder doch? Liebe Kolleginnen und Kollegen von den LINKEN, ich weiß ja, dass es schon seit Jahrzehnten Mode in Ihrer Partei ist, Verschwörungstheorien aufzubauen und dass man das auch auf der Akademie lehrt. Aber es passt hier einfach nicht hin. Es passt hier einfach nicht hin. Verschwörungstheorien sollte man hier auf keinen Fall machen. Wir jedenfalls machen sie nicht. Deshalb müssen wir mit der Tatsache leben, dass wir es niemals erfahren werden, es sei denn, Temme öffnet sich und sagt wirklich. Aber vielleicht sagt er ja sogar die Wahrheit. Woher nehmen wir eigentlich die Überheblichkeit – ich merke es an mir selber in der Wortwahl eben –, zu glauben, dass Temme lügt? Das ist schon eine Frage. Das hat es nicht unterstellt. Das ist strafrechtlich etwas anderes, liebe Kolleginnen und Kollegen. Können wir uns gerne darüber unterhalten? – Es ist in meinen Augen keine klare Feststellung, dass er zu dem Zeitpunkt am Ort war, sondern es ist eine Reduktion von Vermutungen. Wir reden jetzt wirklich über ernsthafte Sachen und nicht über andere. Das hat mit warum nichts zu tun. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Entschuldigung. Ich gehe auf das Niveau auch nicht ein. Der dritte Bereich, in dem wir sagen, das hätte auf keinen Fall so passieren dürfen, ist das Thema Disziplinarverfahren gegen Temme. Ich bin mir jetzt unsicher, ab wann spätestens dieses Disziplinarverfahren zur Farce wurde. Ja, solange ein Strafverfahren läuft, ist ein Disziplinarverfahren unterlägig. Da liegt die Akte unter der anderen. Aber als das Strafverfahren beendet worden ist, ist man damit so umgegangen, als wenn man so ein bisschen spitze Finger hatte. Ja, ich kann es nachvollziehen, was der damalige Präsident, Herr Eisvogel, in der Ausschusssitzung gesagt hat. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch in einem Disziplinarverfahren muss es ein gewisses Maß an Transparenz geben. Das erreicht man nur durch Dokumentation. Es ist nichts dokumentiert. Es ist offensichtlich eine reine Veranstaltung. Wir machen das jetzt einmal. Das geht einfach an einem Rechtsstaat nicht. Aus diesem Grunde haben wir in dem Abschlussbericht auf Seite 722 notiert. Gleichwohl vertritt der Ausschuss die Auffassung, dass die Gründe für die Einstellung des Disziplinarverfahrens ausführlich hätten dokumentiert werden müssen. Ich will mir jetzt untersagen, was hier noch alles steht mit Seitenhieben. Ja, die Unterstützung der Bundesebene für unseren Ausschuss fand ich suboptimal. Ja, die Unterstützung – da hat Nancy Faeser vollkommen recht – der Landesregierung in dem einen und anderen Punkt fand ich suboptimal. Ich werde jetzt nicht unterstellen, aber Sie können mir glauben, dass ich nicht mit dem festen Vorsatz heute Abend ins Bett gehe, dass ich mir sicher bin, dass die Mitglieder des Ausschusses sämtliche Akten der Landesregierung zur Verfügung gestellt bekommen haben. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Aber auch das ist egal, weil das Thema jetzt durch ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, weil wir und ich fasse zusammen mehrere Dinge festhalten sollten. Das Allerwichtigste ist, dass wir selbst frei im Kopf sein müssen. Da müssen wir uns anstrengen, Vorurteile wegzukicken, auszusäubern. Wir müssen selbst frei im Kopf sein, bei der Beurteilung irgendeiner Tat sofort mit Vorurteilen an die scheinbare Lösung zu gehen. Das geht immer schief. Man merkt es manchmal ganz spät, aber es geht immer schief. Hier ist man natürlich mit einem Vorurteil herangegangen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es war ja im parlamentarischen Raum, bevor sich die Kriminellen nach oben geschossen haben, in der Diskussion nicht so richtig intensiv gewesen. Das Vorurteil hat fast immer und überall überlagert. Es war falsch. Das Zweite ist, wir müssen immer und immer wieder zur Kenntnis nehmen, dass alles das, was wir als Politik, aber insbesondere die Ermittlungsbehörden und die Verwaltung machen, Auswirkungen auf unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger hat. Ich habe in dem Auftrag der Bitte, den Auftrag nehme ich sofort zurück, dass damaliger Bundespräsident Christian Wulff, den ich auch aus Fregentum schon gut kenne, mich um eine Familie betreut, die nicht zu den hessischen Opfern gehört, obwohl sie teilweise in Hessen gelebt hat. Dieses Trauma kriegen Sie nicht mehr weg. Wir müssen also schon aufpassen, wenn wir sagen, es muss nach allen Seiten offen ermittelt werden und dann aber sagen, ist Ihr Mann nicht in irgendwelchen Schwarzgeldaffären oder in irgendwelchen anderen kriminellen Dingen vertan. Das Dritte ist, wir müssen uns eingestehen, dass der Staat in der Lage sein muss, Menschen zu schützen. Das hat er nicht getan, aber dass er auch in der Lage sein muss, sich weiterhin um die Hinterbliebenen zu kümmern. Alles das steht im Abschlussbericht. Deshalb vielen Dank an die Kolleginnen und Kollegen. Die Arbeit hat nicht mehr Spaß gemacht, aber sie hat ein gutes Ergebnis gebracht. Vielen herzlichen Dank. Das Wort hat der Abg. Schaus für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Als im November 2011 bekannt wurde, dass die Ceska-Mordserie und der Mord an Halit Yozgat vom Neonazis verübt wurden, haben die Bundesregierung und auch wir alle hier im Hessischen Landtag lückenlose Aufklärung versprochen. Alle Hintergründe und eventuelles Behördenversagen zum NSU-Komplex sollten aufgedeckt werden. Doch dieses Versprechen wurde nicht eingelöst. Aber weil die Behörden auch in Hessen im Kampf gegen rechts versagt haben und insbesondere Volker Bouffier als damaliger Innenminister eine hohe politische und persönliche Mitverantwortung trägt, sollte der NSU-Skandal möglichst vertuscht werden. Schon bevor der Untersuchungsausschuss im Mai 2014 nur mit den Stimmen von SPD und LINKEN eingesetzt wurde, standen gravierende Vorwürfe im Raum. Der Geheimdienstler Andreas Temme war beim NSU-Mord in Kassel unmittelbar am Tatort. Er hatte sich aber nicht als Zeuge gemeldet, Kollegen belogen und behauptet, er kenne den Tatort und das Opfer nicht und hatte zudem zahlreiche weitere Dienstvergehen begangen. Die hessische Polizei warf dem Geheimdienst sogar vor, Temme vor den Ermittlungen zu schützen. Von einer Unterstützungshaltung des Landesamts für Verfassungsschutz war die Rede. Die Ermittler wollten Temmes V-Leute vernehmen, aber der Geheimdienst verweigerte dies. Selbst der bayerische Innenminister Beckstein intervenierte vergeblich bei Bouffier. Aber Volker Bouffier, der das Parlament über all diese Vorgänge nicht informierte, verfügte am Ende höchstpersönlich, alle V-Leute zu sperren und behinderte so die Mordaufklärung. Insbesondere Volker Bouffier wies jeden Fehler und jede Verantwortung von sich und sagte im Bundestagsuntersuchungsausschuss 2012 zum Mitschreiben, wir haben keine Fehler gemacht. Die Entscheidung war richtig, auch aus heutiger Sicht. Ich kenne niemanden, der ernsthaft bestreitet, dass das anders wäre. Doch, Herr Ministerpräsident, ich bestreite das mit Vehemenz. Im Abschlussbericht des ersten NS-Untersuchungsausschusses des Bundestages, der im Gegensatz zu Hessen einstimmig beschlossen wurde, heißt es zur Sperrung der V-Leute, ich zitiere, die Polizei sah ihre Ermittlungen dadurch zu Recht massiv beeinträchtigt. Die Entscheidung in diesem besonderen Falle traf ein halbes Jahr nach der Tat im Oktober 2006 der damalige Innenminister von Hessen, Volker Bouffier. So weit das Zitat. Welch gravierende Vorwürfe gegen den ehemaligen Innenminister, wie Ermittlungen massiv beeinträchtigt. Dem müsste eigentlich ein Parlament, dessen Aufgabe es ist, die Regierung zu kontrollieren, unverzüglich nachgehen. Ein Untersuchungsausschuss ist laut Verfassung ein Instrument zur Kontrolle der Regierung. Mit der Beantragung des Hessischen NSU-Untersuchungsausschusses und der intensiven Arbeit über vier Jahre hat DIE LINKE versucht, unter schwierigsten Bedingungen unser 2012 gemeinsam gegebenes Aufklärungsversprechen auch tatsächlich einzulösen. Wir sagen, die NSU-Opfer, deren Angehörige und die Öffentlichkeit hatten ein Recht darauf, 2.000 Akten, über 100 Zeugenvernehmungen und 7.000 Protokollseiten später, gilt es heute festzustellen. Wir haben einiges erreicht, aber anderes bleibt weiter im Dunkeln. Zunächst aber möchte ich mich bei den unzähligen Besuchern und Gästen des NSU-Ausschusses, bei den NSU-Opferanwälten, bei den vielen Sachverständigen, darunter auch die NSU-Obleute aller Fraktionen im Deutschen Bundestag, bei den ehrenamtlichen Initiativen, z. B. bei NSU-Watch, Initiative 6. April und nachgefragt, bei zahlreichen Journalistinnen und Journalisten und bei der Landespresse sowie bei allen beteiligten Mitarbeitern für ihr großes Interesse und ihr Durchhaltevermögen bedanken. Ohne diese Begleitung, ohne die zahlreichen Veröffentlichungen und ohne öffentlichen Druck wäre eine Aufklärung so nicht möglich gewesen. Öffentlichen Druck brauchen wir auch weiterhin. Auch bei der SPD möchte ich mich bedanken, trotz unterschiedlichster Auffassung in manchen Punkten. Denn als LINKE hätten wir allein weder einen Ausschuss noch Beweisanträge durchbekommen. Dafür braucht man bekanntlich 20 % der Stimmen. Wir haben als LINKE einen 250-seitigen Sondervotum vorgelegt. Das Sondervotum war notwendig, weil wir sowohl mit den Sachdarstellungen als auch mit dem Fazit der Regierungsfraktionen an vielen Stellen überhaupt nicht einverstanden sind. Schon bei der ersten Lesung des Entwurfs des Berichterstatters machten wir an 242 Stellen Anmerkungen. CDU und GRÜNE haben von Beginn an gemeinschaftlich ihre Verfahrensmehrheit dazu missbraucht, so viel wie möglich zu blockieren. Der Ausschussvorsitz ging wie immer an die CDU. Die Akten, die uns über die Staatskanzlei zugestellt wurden, kamen erst gar nicht, dann mit unzähligen Fehlblättern, Schwärzungen und als geheim eingestuft. Auch die Geheimakten waren geschwärzt. Das heißt, man kann sie erstens nicht richtig lesen und darf zweitens nicht öffentlich darüber sprechen. Etwa 30 % aller Akten waren von Schwärzungen, Lücken und Geheimhaltung betroffen. Versuchen Sie einmal, ein Buch zu lesen, in dem durchgängig zahlreiche Seiten fehlen und die spannendsten Stellen auch noch geschwärzt sind. Auch der Berichterstatter, also derjenige, der den Abschlussbericht verantwortet, wurde mit Jürgen Frömmrich von den GRÜNEN gesetzt. Er durfte am Ende, nach vier Jahren versuchter Blockade durch CDU und GRÜNE feststellen, was der Ausschuss angeblich herausgefunden hat und was nicht. Immerhin, das muss man dem Bericht von Jürgen Frömmrich lassen, wird zumindest die desaströse Rolle von Andreas Temme und des Landesamts für Verfassungsschutz nicht weiter geleugnet. Es werden erstmals Fehler eingestanden. Es wird sogar eingestanden, dass Hinweisen auf Rechtsterror und den NSU nicht nachgegangen wurden und dass Akten fehlen. All das war aber nicht mehr zu leugnen, weil SPD und LINKE es im Ausschuss herausgearbeitet haben. Dazu gehört auch, dass dem Hessischen Untersuchungsausschuss wie auch dem UNA im Deutschen Bundestag entscheidende Dokumente und Akten vorenthalten wurden. Hierzu einige Beispiele. Die Vermerke zum Disziplinarverfahren gegen Temme belasten Temme und Volker Bouffier nachzulesen in unserem Sondervotum. Der für 120 Seiten geheimen NSU-Prüfbericht des Verfassungsschutzes wurde jahrelang verschwiegen und auch dem Bundestag nicht übermittelt. Er benennt gravierende Versäumnisse im NSU-Komplex in Hessen. Massenhaft sei Hinweisen auf Waffen- und Sprengstoffbesitz nicht nachgegangen worden, ebenso auch nicht den Hinweisen auf allgemeinen Rechtsterror und NSU-Bezüge. 541 Aktenstücke gingen verloren. Wichtige Akten wurden auch in Hessen geschreddert. All dies wurde lange verschwiegen und noch dazu für 120 Jahre zur Geheimsache erklärt. Hinzu kommt, dass die Quellenabfrage, mit der wir belegen können, dass Andreas Temme und das Landesamt für Verfassungsschutz schon vor dem NSU-Mord in Kassel dienstlich mit der Ceska-Serie befasst waren, erst nachträglich aufgrund expliziten Antrages von uns geliefert wurde. Das ist eine ganz gravierende Tatsache, denn genau das wurde der Polizei, dem Bundestag und dem Landtag gegenüber immer geleugnet und das Dokument genau deshalb auch zurückgehalten, nachzulesen in unserem Sondervotum. Dies alles mussten wir eigenständig durch Zeugenaussagen herausarbeiten, um die Landesregierung zur Herausgabe dieser Akten explizit auffordern zu können, obwohl sie ja hätten längst geliefert werden müssen. Ebenso mühsam und aufwendig war der Kampf hinter den Kulissen zur teilweise Herabstufung von Geheimpapieren, um sie für die Öffentlichkeit freizugeben. Dies sagt selbst der NSU-Ausschuss des Deutschen Bundestages. Zitat Gerade auch vor diesem Hintergrund sieht der Dritte Untersuchungsausschuss der 18. Wahlperiode in der lückenhaften Aktenvorlage des Landes Hessen eine erhebliche Beeinträchtigung seiner Aufklärungsarbeit. Zitat Ende Der Vorsitzende dieses NSU-Ausschusses im Bundestag war übrigens der CDU-Abgeordnete Binninger. Nein, Herr Bellino, nein, Herr Hahn, meine Damen und Herren. Die einzige Verschwörungstheorie, die wir nachweisen konnten, ist, dass der Verfassungsschutz angeblich die Verfassung schützt. Durch das V-Leute-System, auf das die wesentliche Arbeit des LSV beruht, macht sich der Verfassungsschutz abhängig von den Informationen, die Neonazis liefern. Das sind aber oftmals mehrfach verurteilte Straftäter, die dann dafür bezahlt werden. Als LINKE werden wir deshalb weiterhin diese Tatsache immer wieder anprangern und fordern. Hören Sie auf, dafür zu zahlen, dass Sie Nazis sind, damit stärken Sie nur deren Strukturen. Meine Damen und Herren, es gab nachweislich gravierende Versäumnisse im Kampf gegen rechte Gewalt und rechten Terror in Hessen. Auf ca. 50 Seiten haben wir unsere wichtigsten Erkenntnisse zur nach wie vor aktiven Neonaziszene in Hessen zusammengefasst. Insbesondere dem Geheimdienst und dem Innenministerium ist vorzuwerfen, dass über Jahre hinweg reihenweise Belege und Hinweise auf Waffen, Sprengstoff und Militanz von Rechts- und Rechtsterror vorlagen, aber dies öffentlich geleugnet und zur Geheimsache erklärt wurde, selbst noch nach Auffliegen des NSU in 2011. Es gab seit 1998 in Hessen Hinweise auf den späteren NSU und über Beziehungen hessischer Nazis zum späteren NSU. Hätte man die sogenannte zweite Fallanalyse des LKA Bayern nach dem Mord von Kassel ernst genommen, nämlich dass die Täter abgetauchte Neonazis mit Waffen und Sprengstoff sind, und hätte man 2006 einfach einmal in die eigenen Akten und Berichte in Hessen geschaut, dann wäre man zwangsläufig auf Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt gestoßen. Denn genau dazu gab es einen LFV-Bericht an das Innenministerium. Es gilt ferner festzustellen, dass weitere Belege auf NSU-Bezüge, Bilder von Beate Zschäpe mit hessischen Neonazis, angeblich nicht mehr zuordnbar waren. Die Akten, die im Rechtsterrormilieu in Hessen und Thüringen der sehr aktiven Corinna G., sind leider aus unerklärlichen Gründen vom Landesamt für Verfassungsschutz angeblich 2009 geschreddert worden. In einem weiteren bis vor Kurzem noch geheimen Dokument ist belegt, wie das Landesamt für Verfassungsschutz auf Temmes V. Mann Gärtner, bei dessen BKA-Vernehmung Einfluss nahm. Der Vorgang sollte geheim gehalten werden. Es gab die Anweisung, keine Akten anzulegen und alle Hinweise darauf zu vernichten, nachzulesen in unserem Abschlussbericht. Niemand im Landesamt wurde bis heute zur Verantwortung gezogen. Im Gegenteil, Temme wurde geschützt, das Budget des Geheimdienstes seither verdoppelt, die Befugnisse ausgeweitet und die parlamentarische Kontrolle des Geheimdienstes ist weiterhin völlig unzureichend. DIE LINKE fühlt sich deshalb nachhaltig darin bestärkt, dass die Verfassungsschutzbehörden abgeschafft und in wissenschaftlich arbeitende Dokumentationsdemokratie und Menschenrechtsstellen umgewandelt werden müssen. DIE LINKE ist davon überzeugt, dass der Geheimdienstler Andreas Temme den Mord an Halid Jaskat wahrgenommen oder zumindest dessen Leiche gesehen haben muss. Dafür sprechen die Abläufe am Tatort und auch sein Verhalten nach dem Mord. Temme hat sich trotz Zeugenaufforderung nicht bei der Polizei gemeldet. Er hat kurz nach der Tat gegenüber seinen Kollegen behauptet, das Internetcafé und Opfer nicht zu kennen und damit ganz klar gelogen. Er wusste ebenfalls schon am Montag nach dem Mord, dass dabei die Tesca benutzt wurde, ohne dass dies vorher in der Zeitung stand. Er wurde am gleichen Tag bei einem Gespräch mit seinem V-Mann Gärtner nervös, als dieser ihn auf den Mord ansprach. Warum, frage ich. Temme löschte kurz darauf seinen Chat-Account, den er im Internetcafé vor bzw. während des Mordes benutzte. Er löschte also die Spur, welche die Polizei dann aber doch zu ihm führte. All das macht aber nur dann Sinn, wenn Temme zumindest die Leiche gesehen und die Verbindung zur Cesca-Serie hergestellt hat. Temme hat Wahrnehmung des Mordes und verbirgt sie und sein Wissen bis heute. Damit aber nicht genug. Die Polizei ermittelte, dass Temme sich einer ganzen Reihe weiterer schwerer dienstlicher Verfehlung schuldig gemacht hat. So wurden Verschlusssachen bei ihm zu Hause gefunden. Er hatte private Kontakte zum lokalen Hells Angels-Chef. Er hatte Waffen auf der Dienststelle mitgenommen. Er hatte Dutzende Nazi-Texte zu Hause und vieles mehr. Schon zu Beginn der Ermittlungen begann dann die Vertuschung, erst durch den Geheimdienst und dann durch den ehemaligen Innenminister Bouffier. Die Polizei wollte wissen, ob Temme mit V-Leuten über die Mordserie gesprochen hat und wollte sie deshalb auch selbst vernehmen. Heute wissen wir, dass es zwei Wochen vor dem Mord eine Quellenabgabe zur Cesca-Serie gab. Nicht nur Temme, sondern alle V-Mann-Führer waren also mit der Mordserie betraut. Die Polizei hätte also allen Grund gehabt, bis tief in den Geheimdienst zu ermitteln. Das galt es zu verhindern. Temme und das Landesamt für Verfassungsschutz verheimlichten der Polizei diese Tatsache und der Innenminister verheimlichte es gegenüber dem Parlament. Das Landesamt für Verfassungsschutz traf sich immer wieder mit Temme auf Raststätten oder in Wiesbaden. Vorgesetzte gaben telefonische Beratungen, wie er seine dienstliche Erklärung abfassen sollte, und das Landesamt weigerte sich, trotz Mordermittlungen und reihenweisen Dienstverfehlungen, ein Disziplinarverfahren einzuleiten. Das Landesamt für Verfassungsschutz wollte Temme sogar Mitte Juli 2006 wieder in Dienst stellen bei laufenden Mordermittlungen. Erst als die Presse den Hinweis auf einen verdächtigen Geheimdienstler bekam, wurde Temme eiligst geraten, selbst ein Disziplinarverfahren einzuleiten und ihm den Text hierfür diktiert. Alles nachweisbar und nachlesbar. Wie aber verhielt sich dabei Innenminister Bouffier, der sowohl für die Polizei als auch für den Verfassungsschutz zuständig war? Wir wissen, dass Bouffier ebenso wie die Spitze des Landesamts für Verfassungsschutz und des Innenministeriums sofort nach der Festnahme Temmes am 21. April 2006 informiert wurde. Die Tatsache, dass ein LFV-Mitarbeiter unter Verdacht der Beteiligung an einer Mordserie steht, dass er reihenweise Dienstverfehlungen begangen hat, dass es einen Konflikt zwischen Polizei und Geheimdienst um V-Leute gibt, ist natürlich berichterstattungspflichtig gegenüber der Kontrollkommission und auch gegenüber dem Innenministerium. Im Innenministerium wurde aber eine Geheimhaltungsstrategie nachweisbar durch die Vermarke aus dem Landespolizeipräsidium als auch aus dem Innenministerium beschlossen. Sie, Herr Bouffier, und Ihre Mitarbeiter waren zu diesem Zeitpunkt voll im Bilde. Sie bekamen detaillierte schriftliche Berichte. Am 17. Juli 2006 kommt es dann zu einer eiligst einberufenen Sondersitzung des Innenausschusses. Dort sagt der Innenminister mehrfach die Unwahrheit. Sie, Herr Bouffier, hätten es gerade erst aus der Zeitung erfahren, und es gebe kein Regierungshandeln in irgendeiner Form. Das war falsch. Sie und das Landesamt für Verfassungsschutz waren ab dem 21. April voll informiert. Ihnen lagen schriftliche Berichte vor. Es gab Absprachen zum Disziplinarverfahren, und es gab die Verfassung auf der Innenministerkonferenz Anfang Mai. Sie sagten zudem, ein Disziplinarverfahren haben wir nicht. Wörtlich haben wir nicht. Auch falsch. Das Verfahren wurde bereits am 12. Juli 2006 eingeleitet. Sie und Ihre Mitarbeiter und das Landesamt für Verfassungsschutz wussten dies auch. Sie, Herr Bouffier, haben sogar einen Tag nach der INA-Sitzung zusammen die weiteren Schritte im Disziplinarverfahren im Ministerium besprochen. Sie, Herr Ministerpräsident, sagten dem Innenausschuss, Temme kann es nicht gewesen sein. Darum kann man auch ableiten, dass der Mann unschuldig ist. Während die laufenden Mordermittlungen noch liefen, wurde diese Aussage im Innenausschuss getroffen. Sie, Herr Ministerpräsident, von sämtlichen weiteren dienstlichen Verfehlungen gegen Temme aber kein Wort. Sie, Herr Ministerpräsident, sagten, dass es keinen dienstlichen Bezug in irgendeiner Form gibt. Sie begründeten damit auch noch, warum zuvor nicht berichtet worden war. Aber auch das war völlig falsch, wie nicht nur durch die oben genannten Quellenabfragen bewiesen wurde. Sie, Herr Ministerpräsident, behaupten im Beisein des Landesamts für Verfassungsschutz und seiner Mitarbeiter, die das alles wussten, es gebe keinen dienstlichen Bezug. Herr Kollege Schaus, Sie müssen langsam zum Schluss kommen. Herr Präsident, ich komme zum Schluss. Dann passiert die absolute Ungeheuerlichkeit. Temme blieb trotz allem disziplinarrechtlich völlig unbehältigt. Und zwar, weil durch Ihre Anweisung, Herr Ministerpräsident, das Disziplinarverfahren von Beginn an in den Sand gesetzt wurde. Das steht in den Akten aus Fürsorgeerwägung und dass keine Bezüge gekürzt werden sollen. Das ist der Punkt. Herr Ministerpräsident, das soll mein letzter Satz sein. Ich fordere Sie auf, ebenso wie meine Kollegin Frau Faeser, hier und heute Stellung zu nehmen, sich bei der Familie Joska zu entschuldigen, Fehler einzugestehen und daraus die Konsequenzen zu ziehen. Beifall bei der LINKEN und bei Abgeordneten der SPD und der LINKEN sowie bei Abgeordneten der SPD und der LINKEN sowie bei Abgeordneten der SPD und der LINKEN sowie bei Abgeordneten der SPD Vielen Dank, Herr Abg. Schaus. – Das Wort hat der Abg. Frömmrich, Bündnis 90 Die GRÜNEN. Vierge Frömmrich, BÜNDNIS 90 Die GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Lassen Sie mich am Anfang eine Feststellung machen. Ja, die Arbeit hat sich gelohnt. Der Untersuchungsausschuss hat eine wichtige Arbeit geleistet. Es war ein Fehler, der Einsetzung nicht zuzustimmen. Das haben wir aber schon mehrfach als Fraktion und auch als Koalition betont. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vielleicht sollte man das einfach einmal zur Kenntnis nehmen. Unser Ansehen war nicht zu einer Zeit, die Aufklärungsarbeit nicht zu leisten. Wir hatten die Vorstellung, dass diese Aufklärungsarbeit nach der umfangreichen Aufklärungsarbeit des NSU-Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestages eine Expertenkommission zu übertragen wäre. Das wäre eine andere Form der Aufklärung gewesen. Aber auch da war das Ziel ein ganz eindeutiges, nämlich die Arbeit der Sicherheitsbehörden und die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden, die Verantwortlichkeiten in diesem Verfahren zu klären, zu untersuchen und das dann auch als Bericht vorzulegen. Es war also klar, dass diese Aufklärungsarbeit von uns zu diesem Zeitpunkt auch gewollt war. Das will ich hier noch einmal ganz deutlich hinterlegen. Das hat im Übrigen auch eine Fraktion in diesem Hause so gesehen. Am Ende war die Einrichtung einer parlamentarischen Untersuchungsausschuss zweifellos die richtige Entscheidung. Ich will noch einmal ausdrücklich betonen, dass der Parlamentarische Untersuchungsausschuss eine gute und eine äußerst wichtige Aufklärungsarbeit geleistet hat. Er hat sich intensiv und gründlich mit den Umständen im Zusammenhang mit dem schrecklichen Mord an Halit Yozgad befasst. Der Ausschuss hat uns allen tiefe Einblicke in die Arbeit der Sicherheitsbehörden geliefert, die für unsere zukünftige Parlamentsarbeit und für Entscheidungen im Zusammenhang mit der Organisation und auch mit dem rechtlichen Rahmen der Sicherheitsbehörden geben, die uns da von großem Wert sind. Deswegen hat sich diese Arbeit auf jeden Fall gelohnt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber ein Ausschuss ist eben kein Tribunal. Der Kollege Hahn hat es dankenswerterweise gerade auch hier noch einmal ausgeführt. Wir Ausschussmitglieder sind auch nicht die besseren Ermittler oder die besseren Staatsanwälte. Ein Untersuchungsausschuss sammelt Fakten und trägt sie zusammen und bewertet sie dann. Der Auftrag, den Sie uns gegeben haben, für die Feststellung, die wir im Bericht schreiben müssen, brauchen wir Beweise, brauchen wir Belege, brauchen wir Tatsachen. Deswegen unterscheidet sich das schon von etwas, was hier manchmal im Zusammenhang mit den Diskussionen gefordert ist. Die Ausschussarbeit ist eine andere. Wir müssen Belege bringen, wir müssen Beweise bringen und wir müssen Tatsachen vortragen. Ohne das kann das auch nicht Einfluss auf den Abschlussbericht haben. Das haben wir, glaube ich, sehr gründlich und sehr umfangreich getan, liebe Kolleginnen und Kollegen. Arbeitshypothesen kann man vor der Aufklärungsarbeit haben. Am Ende der Beweisaufnahme, am Ende eines Untersuchungsausschusses sollte man Beweise und Belege haben. Weil das so ist, müssen wir auch im Einzelfall sagen können, wir wissen nicht, wie das geschehen ist. Das mag manchen ertäuschen, das hat uns auch enttäuscht, an manchen Fragen eben nicht sagen zu können, wie es genau gewesen ist. Aber ich kann nicht an einem Untersuchungsausschuss Feststellungen treffen, für die ich eben keine Bewege und keine Beweise habe. Das sollte man vielleicht in diesem Zusammenhang auch einmal zur Kenntnis nehmen. Weil das so ist, müssen wir eben im Einzelfall auch sagen können, wir wissen es nicht. Das mag den einen oder anderen enttäuschen. Aber das entspricht unseren Regeln, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das entspricht den Regeln, die wir uns selbst gegeben haben. Das entspricht den Regeln unseres Rechtsstaates. Die Regeln dieses Rechtsstaates geben das eben vor. Das ist vielleicht das ein oder andere Mal bei dem einen oder anderen, was ich so gelesen habe, in Vergessenheit geraten. Es wurde hier gesagt, es habe eine Behinderung der Ausschussarbeit gegeben. Das finde ich einen krassen Vorwurf. Ich möchte dazu Folgendes feststellen. Es hat keinen einzigen Beweisantrag einer Fraktion in diesem Untersuchungsausschuss gegeben, der von der Mehrheit abgelehnt worden ist. Kein einziger Beweisantrag ist abgelehnt worden. Jede Fraktion konnte ihre Zeugen vor dem Ausschuss vernehmen lassen. Jeder Zeuge wurde vernommen. Keine Fraktion sah sich gezwungen, vor den Staatsgerichtshof zu gehen und Minderheitenrechte einzuklagen. Das Verfahren, wie wir es gewählt haben, war so, dass alle die Möglichkeit haben, das vorzutragen, was sie wollten, und die Zeugen zu vernehmen, die sie konnten. Deswegen verstehe ich nicht, wie man daraus einen Vorwurf konstruieren kann, die Mehrheit habe die Arbeit im Ausschuss behindert. Das weise ich ausdrücklich zurück. Beifall bei der LINKEN und bei Abgeordneten der SPD Es wurde darüber geklagt, liebe Kolleginnen und Kollegen, Akten seien geschwärzt oder gesperrt gewesen. Ja, das gab es. Es gab einen Streit um geschwärzte Akten. Das ist richtig. Das war für den Ausschuss am Anfang ein gewisses Problem und hat auch zu sehr vielen Diskussionen im Ausschuss geführt. Es gab aber auch eine Lösung. Das wird hier nicht erwähnt. Die Lösung für das Problem war die Möglichkeit der Einsichtnahme in die ungeschwärzte Akte. Jedes Mitglied dieses Ausschusses hatte das Recht, Einsicht in die Originalakte zu nehmen, und zwar im Hessischen Landtag. Er musste es nur sagen. Es musste nur gesagt werden, welche Akte das sein sollte, wurde die Akte ungeschwärzt vorgelegt. Dann wurde die ungeschwärzte Akte gebracht. Wir haben das Wiesbadener Verfahren genannt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was gibt es mehr an Transparenz, als eine ungeschwärzte Akte vorzulegen und zu sagen, bitte schaut euch das an und vergleicht es mit den Schwärzungen, ob da irgendetwas vertuscht werden soll. Ich frage mich, wo die wenige Transparenz und die Behinderung der Arbeit des Ausschusses gewesen seien. Beifall bei der FDP und bei der FDP sowie bei der FDP der SPD und der FDP der SPD und der FDP Im Übrigen... Die Abgeordnete der Aufwand war nur ein Platz. Sie hatten auch nur einen Platz zu sehen. Ein ever organisatorischer Aufwand. Der Aufwand war auch nur ein Platz zu sehen. Ein ever organisatorischer Aufwand. Im Übrigen... ... das ist unmöglich. ... der real war also unmöglich. Jeder Abgeordnete in diesem Ausschuss hatte die Möglichkeit, sich die ungeschwärzten Akten anzugucken. Nicht mehr und nicht weniger habe ich gesagt, und mehr an Transparenz gibt es nicht. liebe Kolleginnen und Kollegen. Das gibt es nicht. Ich will das auch noch einmal sagen. Im Übrigen betraf das auch die Akten, die einer langen, wie ich meine, zu langen Geheimhaltungsfrist unterliegen. Das ist vorhin hier gesprochen worden, 120 Jahre. Stimmt, auch diese Akten konnten ungeschwärzt eingesehen werden. Wir haben dann auch in die Handlungsempfehlungen hineingeschrieben und vorgeschlagen, dass die Einstufung der Dauer der Geheimhaltung geändert werden soll. Ich halte es für absolut notwendig, dass hier Regelungen getroffen werden, die das nicht mehr vorsehen, 120 Jahre. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Ich habe auch im Vorfeld dieses Untersuchungsausschusses schon ein paar Tage in der Parlamentarischen Kontrollkommission für den Verfassungsschutz, meine Vorgänger auch. Viele, die hier sitzen, haben das auch gemacht. Ich kenne keinen Antrag in der Parlamentarischen Kontrollkommission und auch keinen Antrag in diesem Hause, wo beantragt worden ist, die Dauer der Geheimhaltung von 120 Jahren zu ändern. Es gibt keinen Antrag, der in diesem Hause vorliegt. Auf jeder Ausschussvorlage, die wir in der Parlamentarischen Kontrollkommission bekommen, wo der Bericht abgefasst wird, steht dieses Datum drauf. Wenn das ein Problem ist, dann hätte einem das auch ein bisschen früher eingefallen müssen. Mir ist es nicht aufgefallen, muss ich ehrlich sagen. Aber denjenigen, die daraus ein Problem versuchen, zu konstruieren, muss ich sagen, es gibt keine einzige Initiative der Fraktionen, an diesem Punkt etwas zu ändern. Wir sehen das jetzt in den Handlungsempfehlungen vor. Ich glaube, das ist ein richtiger Schritt, dass wir diese Änderungen vornehmen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe bei der Berichterstattung einige Punkte angesprochen. Ich will aber auch noch ein paar andere Sachverhalte vortragen. Es ist mir ein bisschen zu kurz gekommen, deswegen will ich das tun. Die Frage der Zentralisierung der Ermittlungen und die Richtung der Ermittlungen sind zu einem Punkt, der mich persönlich in diesem gesamten Verfahren sehr beschäftigt hat. Warum wurden die Ermittlungen in diesem Serienmordverfahren nicht zentralisiert? Für uns ist das ein Fehler, der verhindert hat, die Ermittlungen in dieser Mordserie bundesweit auszudehnen, den Blick zu weiten, für andere Ermittlungsansätze offener zu sein, zu schauen, was in anderen Bundesländern passiert, die auch nicht Tatortbundesländer waren. Gerade wenn die Tatorte in verschiedenen Bundesländern gibt, gerade wenn die Ermittlungen festhängen, wäre es gut gewesen, den Blick auf das ganze Bundesgebiet zu erweitern und andere Taten in die Ermittlungen mit einzubeziehen. Wir sind als Ausschussmitglieder nicht die besseren Ermittler. Das ist auch nicht unsere Aufgabe und die Aufgabe eines Untersuchungsausschusses. Aber gerade in diesen Fällen gibt es doch die Möglichkeit der Übernahme und der Abgabe an das Bundeskriminalamt. Warum hat die Bundesanwaltschaft diese Ermittlungen nicht an sich gezogen? Wir meinen, dass sich dahinter ein großer Fehler verbirgt und dass die Ermittlungen besser und anders gelaufen und breiter gelaufen werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es gab beispielsweise den Anschlag 2004 in der Kölner Kolbstraße, bei dem Sprengstoff verwendet wurde. Es gab Hinweise auf Täter, die mit Fahrrädern geflüchtet sind. Die gleichen Hinweise gab es bei der Mordserie mit der Teska auch. Es gab im Oktober 2003 bei einem Bund-Länder-Treffen der Informationsstelle für rechtsextremistische Gewalttaten und im Bundesamt für den Verfassungsschutz. Sie haben eine Postille, die heißt BFV-Spezial, rechtsextremismus, vom Juli 2004, das auch an das Bundes- und an das Landeskriminalamt geht. Dort gab es den Hinweis auf das 1998 untergetauchte Trio. Warum wurden diese Hinweise nicht entschiedener verfolgt? Warum wurden diesen Hinweisen nicht entschiedener nachgegangen? Es gab 2006 eine zweite operative Fallanalyse zu diesem Komplex. Es ist erstaunlich, was in dieser Fallanalyse steht. Das Datum ist am 14.07.2006. Der Mord an Halit Yozgat war im April 2006. In dieser operativen Fallanalyse, die vom LKA in Bayern gemacht worden ist, stand faktisch drin, was wir heute wissen. Ausländerhasser, ablehnende Haltung gegen Türken, Täter sucht die Nähe zur rechtsextremistischen Szene, männlich, 22 bis 28 Jahre. Das stand alles in dieser operativen Fallanalyse drin. Der einzige Trugschluss, der drin stand, war, dass der Ankerpunkt in Nürnberg gesucht wurde. Wenn wir aber eine zentrale Ermittlung von einer Bundesbehörde gehabt hätten, die einen Bundesblick darauf gehabt hätte, die verschiedene Dinge zusammengebracht hätte, wäre man unter Umständen von einem anderen Ankerpunkt ausgegangen und hätte den Zirkel vielleicht auf diejenigen gebracht, die in Thüringen untergetaucht sind. Also für uns ein Fehler, diese Ermittlungen nicht zu zentralisieren, und der Fehler, den Ankerpunkt Nürnberg anzunehmen, wäre unter Umständen dann nicht erfolgt. Das ist bundesweit der Blick. Das war das, was uns im Ausschuss sehr beschäftigt hat. Warum ist man der Frage des ehemaligen bayerischen Innenministers Günter Beckstein nicht nachgegangen? Er hat in seine Polizei kommuniziert und gefragt, ob diese Morde – wir müssen uns daran erinnern – fünf Tatorte gab es in Bayern. Er hat in seine Behörden gefragt, »ausländerfeindlicher Hintergrund?« hat er auf einen Presseartikel geschrieben. Es gab keine weiteren Maßnahmen, diese Hinweise noch einmal zusammenzuführen. Beckstein war auch der Einzige, der im Zusammenhang im Konzert des BKA und des BfV, also des Bundesamtes für den Verfassungsschutz, die Frage gestellt hat, ob wir in Deutschland so etwas wie eine braune RAF. Wir können das heute mit Ja beantworten. Wir können heute beantworten, dass wir so etwas wie eine braune RAF gehabt haben, die durch Deutschland gezogen ist und zehn Menschen hingerichtet hat. Also, den Blick zu schärfen und weiterzumachen, das wäre der Vorschlag gewesen. Ich glaube, das hätte dem Verfahren gut getan. Deswegen glauben wir, dass das ein Fehler gewesen ist, die Ermittlungen nicht zu zentralisieren. Nach dem Mord an Halit Yozgat in Kassel hat zum Beispiel Ismail Yozgat, der Vater, gegenüber der Polizei Folgendes erklärt. Er hat gesagt, er sei der festen Überzeugung, dass sein Sohn und die anderen Opfer wegen ausländerfeindlicher Motive getötet worden seien. Bei anderen Möglichkeiten gäbe es nicht. Es müsse ein Spinner sein, der wahllos Ausländer umbringt. Warum wurde diesem Hinweis nicht konsequent nachgegangen? Es gibt in diesem Fall – wir haben vorhin darüber geredet – über 1.800 Akten, die wir gesehen haben. Es gibt keinen einzigen Aktenordner, auf dem steht, Ausländerfeindlichkeit, Spurrechts, Rechtsextremismus. Es gibt keinen einzigen Aktenordner. Dann kann man nicht allen Ernstes im Ausschuss behaupten, dass das in alle Richtungen ermittelt worden ist. Das kann man in der Tat nicht tun, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deswegen noch einmal der Hinweis. Den Blickweiten in diesen Fragen und die Zentralisierung der Ermittlungen gibt es deswegen schon. Liebe Kolleginnen und Kollegen, heute wissen wir, dass Ismail Yozgat den wahren Sachverhalt genau beschrieben hat. Diesem Hinweis, wie gesagt, ist leider keiner nachgegangen. Das ist ein wirklicher Fehler. Deshalb sagen wir, der Umgang mit Hinweisen war nicht immer sachgerecht. Insofern trifft das bereits von Untersuchungsausschüssen im Bund und in den Bundesländern festgestellte Versagen der Sicherheitsbehörden natürlich auch für Hessen zu. Ich will noch kurz auf die Person Temme eingehen. Ich glaube, da haben wir alle unsere eigenen Eindrücke gesammelt. Ich glaube, es ist uns allen so gegangen, von mir kann ich das definitiv sagen, dass die Vernehmung von Herrn Temme und die Person Temme bei mir ein Störgefühl ausgelöst hat. Aber ein Ausschuss stützt sich auf Feststellungen, nicht auf Störgefühle, sondern auf Tatsachen, auf Beweise. War er zum Zeitpunkt der Tat am Tatort, oder war er es nicht? Wir wissen es nicht. Wir können es nicht belegen, wir wissen es nicht. Die Fakten geben es nicht her, eine eindeutige Aussage zu treffen, ob Temme noch im Internetcafé war, als die Schüsse fielen. Es kann auch so gewesen sein. Es muss aber nicht so gewesen sein. Das haben die Zeugen auch so gesagt. Der ermittelnde Staatsanwalt Dr. Wied zum Beispiel oder der Leiter der Mordkommission, Herr Wenzel. Im Übrigen gibt es eine Zeugenaussage eines Zeugen, der hinten mit Herrn Temme im Internetcafé gesessen hat. Er sagt sehr deutlich aus, dass der Deutsche zwei Minuten bevor die Geräusche – heute würden wir das als die Schüsse deuten – zwei Minuten vorher aufgestanden ist und das Internetcafé verlassen hat. Das ist die Aussage dieses Zeugen auf mehrfache Befragung. Ich finde, das kann man nicht einfach beiseite schieben. Ein Ausschuss muss in solchen Fragen die Fakten sammeln und muss dann Belege für Bewertungen haben. Wenn wir das nicht haben, wenn wir sowohl als auch Aussagen haben, und wir haben sie, dass es so wohl sein kann, dass er da war, es kann aber auch sein, dass er weg war, können wir dazu keine Feststellung treffen. Das ist für uns unbefriedigend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber das ist in einem rechtsstaatlichen Verfahren so. Deswegen haben wir es auch in den Ausschussbericht so hereingeschrieben. Was uns bei der Beschäftigung mit diesem Thema aufgefallen ist – das hat uns, glaube ich, alle gleichermaßen betroffen –, ist die Art und Weise, wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu der Zeit mit Sprache umgegangen sind. Ich will das hier einmal zurückhaltend ausdrücken. Ich sage noch einmal den Hinweis, wenn er weiß, dass irgendetwas passiert, bitte nicht vorbeifahren. Das waren die Aussagen im Gespräch, das aufgezeichnet ist, des Geheimschutzbeauftragten mit Herrn Temme. Oder man müsse nur eine Leiche in die Nähe eines V-Manns bzw. eines V-Manns positionieren, und dann sei sozusagen die Arbeit des Verfassungsschutzes diskreditiert. Oder das ist eben der Typ in dem Café, der umgedaddelt worden ist. Zitat zu Ende. Das sind Aussprüche, das sind Verhaltensweisen, die wir nicht für Beamtinnen und Beamte unseres Landesamtes für Verfassungsschutz. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Liebe Kolleginnen und Kollegen, hätte das Parlament zeitiger über den Umstand unterrichtet werden müssen, dass sich ein Mitarbeiter des Landesamtes für den Verfassungsschutz an einem Tatort einer Mordserie aufhält und sich nicht als Zeuge gemeldet hat. Wir meinen auf jeden Fall die Parlamentarische Kontrollkommission für den Verfassungsschutz gibt. Dafür gibt es diese geheimtagende Kommission. Eine Unterrichtung der Obleute des Innenausschusses hätte man auch vornehmen können. Herr Kollege Frömmrich, ich muss Sie an die Redezeit erinnern. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich komme sofort zum Schluss. Wir sagen in unserem Bericht dazu, wegen der herausgehobenen Bedeutung wäre die Unterrichtung der vertraulich tagenden Parlamentarischen Kontrollkommission frühzeitig, nämlich am 3. Mai 2006, notwendig gewesen. Bezogen auf den Innenausschuss hätte dem Informationsinteresse des Parlaments mindestens durch die Unterrichtung der Obleute des Innenausschusses Rechnung getragen werden können. Herr Präsident, wenn Sie das gestatten, noch zwei Bemerkungen machen. Die eine geht in Richtung der Linkspartei. Ich will mich ausdrücklich bei den Kolleginnen und Kollegen dafür bedanken, dass Sie den Bericht im Bereich Rechtsextreme Szene, Vernetzung der Rechtsextreme Szene sehr intensiv bearbeitet haben. Da haben wir ein sehr fundiertes Papier vorgelegt, das wir zu 80 % in diesem Bericht übernommen haben. Dafür herzlichen Dank an die Kolleginnen und Kollegen, die diese Arbeit geleistet haben. Am Ende will ich sagen, es ist kein Ausschuss wie jeder andere gewesen. Ich möchte schließen, wir können den Eltern und den Angehörigen von Halit Yozgat nicht sagen, warum gerade ihr Sohn von diesen kaltblütigen Mordern als Opfer ausgesucht worden ist. Das ist, glaube ich, eine Frage, die die Familie sehr beschäftigt. Wir können darauf keine Antwort geben. Das betrübt mich, das betrübt uns sehr. Kein Untersuchungsausschuss der Welt kann dieses Leid wieder ungeschehen machen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Arbeit geleistet haben. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Frömmrich. Es gibt eine Kurzintervention des Kollegen Hermann Schaus, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich möchte zu den Ausführungen des Kollegen Frömmrich nur an drei Stellen noch einmal Anmerkungen machen. Die Aussage war die erste, jeder Abgeordnete hätte die Möglichkeit, die ungeschwärzten Akten einzusehen. Das ist formal korrekt, das ist aber real nicht möglich. Ich will das nur einmal skizzieren. Dadurch, dass wir kein Untersuchungsausschussgesetz in Hessen haben, eines der wenigen Bundesländer, die kein Untersuchungsausschussgesetz hat, mussten hier im Einzelfall immer dann, wenn neue Probleme aufgetaucht sind, eigenständige Regelungen getroffen werden. Diese Regelung hat die Mehrheit dann auch so festgelegt. Das hört sich gut an. Ihr könnt ja in alle Akten schauen. Wir haben das zweimal praktiziert. Um nur ein oder zwei Seiten einer Akte überhaupt lesen zu können, ungeschwärzt, musste erst einmal ein formaler Antrag gestellt werden. Dann mussten die genauen Dokumente bezeichnet werden. Dann haben wir gewartet, bis das Landesamt für Verfassungsschutz seine Mitarbeiter gewartet. Es waren immer mehrere. Da war immer einer dabei. Der hat genau jede Frage, die wir gestellt haben, dann auch noch einmal notiert. Da frage ich mich, warum. Der entscheidende Punkt ist aber der, und das wussten Sie von Anfang an, sage ich einmal. Das war sozusagen der Kern der Behinderung dieser Akteneinsicht. Es durften nur die Abgeordneten des Untersuchungsausschusses und nicht selbst die sicherheitsüberprüften Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das Gros der Arbeit geleistet haben und die Akten viel besser kennen, wie wir als Abgeordnete, in diese Beratung hinein. Wir durften keine Notizen machen, und wir kamen raus und hatten was im Kopf und konnten nichts damit anfangen. Das ist sozusagen etwas, was sich formal super anhört, aber was in Realita, und ich behaupte, Sie wussten genau, was Sie da beschließen, was in Realita natürlich genau das Gegenteil zum Gegenteil geführt hat. Inwieweit die Parlamentarische Kontrollkommission die von Herrn Eisvogel erlassene Regelung für Akten in Hessen für 120 Jahre zu sperren, wo es in allen anderen Bundesländern nur 30 Jahre sind, das entzieht sich meiner Kenntnis, weil wir auch keinen Vertreter in der Parlamentarischen Kontrollkommission haben. Aber dass dies bisher unkritisch von allen hingenommen wurde, wirft auch kein gutes Licht auf die parlamentarische Kontrolle schlechthin, als auch auf die Kritikfähigkeit der Regierungsfraktionen. Herr Kollege Frömmrich, Herr Kollege Schaus schmussiert, herzlich bitten. Herr Präsident, vielleicht stellen Sie ja selbst einmal einen Antrag, wenn Sie ihn schon von anderen Fraktionen fordern, dass diese Regelung wieder rückgängig gemacht wird. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, oder? Vielen Dank. – Jürgen Frömmrich, jetzt zu antworten. Bitte. Vielen Dank, Herr Präsident, lieber Herr Kollege Schaus. – Genau das habe ich gesagt. Wir haben ein transparentes Verfahren gewählt. Wir haben auf die Kritik, die von Ihnen im Ausschuss vorgetragen worden ist, dass es zu viele Schwärzungen gibt und dass es zum Teil Schwärzungen über Seiten gibt und nicht nachzuvollziehen ist, warum diese Schwärzungen erfolgt sind. Wir haben gesagt, okay, dann finden wir ein Verfahren, wo in die offene Akte geschaut werden kann. Das Verfahren haben wir gewählt. Im Übrigen gab es das auch im Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages in Berlin. Da ist es von Ihnen kodiert worden, und Ihre Fraktion hat das mitgetragen. Das hieß dort Trepto-Verfahren. Das war nur viel umständlicher als unser Verfahren. Bei uns sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Verfassungsschutzes mit der geheimen Akte hier in dieses Haus gekommen, haben sie Ihnen auf den Tisch gelegt und gesagt, Schauen Sie, im Trepto-Verfahren in Berlin musste man nach Trepto fahren, in eine Geheimschutzstelle, abhörsicher und was dazu alles gehört. Das Verfahren, das wir hier gewählt haben, war deutlich transparent. Herr Kollege Schaus, dass man in einem Untersuchungsausschuss arbeiten muss, das weiß ich. Manchmal sogar viel arbeiten muss, das weiß ich auch. Ich war genauso wie Sie mit einem Abgeordneten. Wir als Fraktion waren mit einem Abgeordneten in diesem Ausschuss vertreten. Ich habe mir mehrere dieser Akten angeschaut. Herr Kollege Honka nickt. Ich habe mehrere dieser Akten angeschaut und habe dieses Verfahren gewählt. Das wäre Ihnen also auch zumutbar gewesen. Eine mehr Transparenz als die offene Akte gibt es nicht, Herr Kollege Schaus. So viel dazu. Der zweite Punkt ist die 120 Jahre. Ja, das sage ich. Ich halte das für vollkommen unangemessen, die Sperrfrist von 120 Jahren. Das ist aber auch in der Diskussion hier im Zusammenhang mit diesem Ausschuss, mit diesen Akten zum ersten Mal öffentlich diskutiert worden. Es hat keiner vorher irgendeinen Vorschlag unternommen, daran etwas zu ändern. Ich habe Ihnen gesagt, vielleicht haben Sie das nicht gehört, ich sage es aber gerne noch einmal. Wir haben es deswegen auch in die Handlungsempfehlungen hineingeschrieben und haben gesagt, dies muss auf jeden Fall geändert werden, weil das unangemessene Fristen sind. Also steht es auch in der Handlungsempfehlung. Von daher empfehle ich noch einmal, lesen Sie den Bericht. Ich glaube, da steht sehr viel Gutes und sehr viel Richtiges drin. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Wörmrich. Variably, meine Damen und Herren, es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit ist der Bericht des Untersuchungsausschusses 2019 2, der abweichende Bericht der Mitglieder der Fraktion der SPD zu dem Bericht des Untersuchungsausschusses und der abweichende Bericht des Mitglieds der Fraktion DIE LINKE zu dem Bericht des Untersuchungsausschusses und der abweichende Bericht des Mitglieds der Fraktion der FDP zu dem Bericht des Untersuchungsausschuss gegeben und besprochen. Dann habe ich hier mitzuteilen, dass verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktion der SPD betreffend die Landesregierung muss Kritik an Ultranet ernst nehmen, Drucks. 19,6710. Dringlichkeit wird bejaht, das wird Tagesordnungspunkt 82. Wir können dies mit den Tagesordnungspunkten 46 und 51 aufrufen. Außerdem eingegangen ist ein Dringlicher Entschließungsantrag von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Drucks. 19,6712, jedenfalls die Bejahung der Drucks. 19,6712, dann ist dies Tagesordnungspunkt 83 und kann ebenfalls mit Tagesordnungspunkt 46 und 51 aufgerufen werden. Dann darf ich auf der Besuchertribüne begrüßen unseren langjährigen Kollegen und Freund Dr. Norbert Herr aus Hulda. Herzlich willkommen, Norbert. Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus